moin moin das ist ein wetterchen hier grauenhaft nur grau und grau es regnet andauernd es ist kalt es ist eklig da liebe ich mir doch mein korsika da war es so schön warm herrlich man konnte rumfahren überall es war schön ich würde sagen kurze rede langer sinn lasst uns weiter anschauen wie schön es auf korsika ist deswegen film ab wir sind südliche spitze und wir gucken jetzt mal voran sollte ich euch nicht vorenthalten deswegen guckt mal so weiter geht es geht jetzt richtigen süden weiter runter und schauen wir mal was wir da weiter finden hier war es schön aber die haben leider nur bis zum ersten letzten acsi rabatt und deswegen geht es jetzt weiter so es geht jetzt weiter wir fahren richtung süden und waren gerade noch mal schnell einkaufen das nötigste dass ein paar tage über die runden kommen und jetzt schon kommt nichts kommt was sagt und los geht's ab in den süden die welt ist klein wo ich gerade einkaufen wen treffe ich wenn ich den bus sehen bei instagram dass sie auch hier sind kurz angeschrieben waren auch die ostküste ab ja falls du das hier siehst und war schöne grüße war ein nettes gespräch und euch noch viel spaß im urlaub so wir haben mal kurz ein rast gemacht hier hier ist es ja einmalig ein traum hier sollte ich euch nicht vorenthalten deswegen guckt mal und habe ich zu viel versprochen herrlicher wir wollen noch weiter wir fahren jetzt richtig auf die vordere spitze wollen gerne ein bisschen gucken da wo es rüber geht nach sardinien deswegen geht es jetzt gleich weiter in unser pulli und los geht's landschaftlich gesehen ist das ja hier ein hammer na gut die spritpreise 1,51 ist auch ein hammer also hier ist alles ein hammer aber seitdem ich hier da bin es scheint immer die sonne das ist schon von tag zu tat immer wärmer wir sind da vor dem südliche spitze und wir gucken jetzt mal vor ans meer gleich sehen wir da was vielleicht können wir auch mal die thronen steigen lassen also deswegen bis gleich also hier ist es auch schön aber das ist nicht das was ich gesucht habe es ist ich glaube ich habe einen platz gefunden hier kann ich mal drüber fliegen bestimmt sehr interessant alles hier oben zu sehen deswegen gucken wir doch mal ja 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 Musik Musik So, jetzt geht es Richtung das Gebirge. Wir wollen mal gleich den Nationalpark uns angucken. Wir wollen sehen, ob wir das in zweieinhalb bis drei Stunden schaffen, weil 15, 16 Uhr möchte ich dann auf dem Platz sein, um ihn einzuchecken und wieder alles auszubauen und ein glückliches Abend zu machen. Also deswegen, wir gucken mal, wie es aussieht. Musik 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 Wir sind noch eine Etage höher und da haben wir noch ein bisschen mehr Blick über die ganze Insel. Wir sind noch ein bisschen mehr Blick über die ganze Insel. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ein paar Kilometer weiter und ein sehr schöner Platz, auch sehr schattig und Strand auch okay. Wir schauen jetzt mal dahinter, was da hinten noch so ist. Jetzt laufen wir hier ein bisschen lang und es ist bestimmt schön, wenn ihr hier fallet. Oben stehen noch ein paar Wohnwagen, da kann man sich auch noch hinstellen, aber ich weiß nicht. Ich glaube, das tut nicht Not, sich hier hinzustellen. Oh, der Himmel. So wahnsinnig schön. So wahnsinnig. Jetzt wird es morgen hundertprozentig wieder so geiles Wetter. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Folgt mir weiter, um weiterzusehen, was ich in Corsica erlebt habe. Wie schön diese Insel ist. Schreibt Kommentare unten drunter. Aktiviert das Glöckchen, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Im nächsten Film werden wir ein bisschen die Westküste erkunden. Bisschen mit der Drohne rumfliegen. Deswegen hoffe ich, wir sehen uns wieder im nächsten Film. Euer FNKW-Tourvlog. Bis dann. Tschüss.